Guten Tag, ich bin Max, ich wohne hier in Loderstadt, hier ist eine klassische Platz. Einerseits bin ich von Wien, einerseits bin ich von Wien, einerseits bin ich von Traum, durch Traum, Goulin durch, und ja, wir sind ja da schon, die kennt die Wien, hier ist ein Platz, und wenn wir ganz wohnen, hier ist die seltsche Pfeffer, ganz seltsche Pfeffer. Wir gehen mit den Schieds, die Leute kommen spazieren, hier ist der Platz, und ich habe gesehen, dass der Traum hier auch gebildet hat, und ich würde mich einfach ein bisschen entsprechen, dass es Leute mir geht, dass sie aufpassen, dass sie den Traum kommen können. Ich habe gesagt, Hanna, das ist ein Lutz, wo der Gare auf dem Traum steht, und du hast gesagt, Zyperstreife rüber gehst, und du hast kein Zeche, wie hat es auf der Schrift für eine Rote Farbe aufgepasst, ein Traum kommt. Boah! Ja, wer mehr Schieds soll machen, das rote Wien, der Leute wissen, dass er das volle Wien. Aber das ist nicht schlecht, aber du hast immer gesagt zu ihnen, die Fülle Fäden haben einen Zeche Fülle, sie sind ein bisschen besser scharf am Boden. Wir trinken nichts, das sind Fülle Fühner. Boah! So, das hat es für mich immer noch geschwert, wenn man sich jetzt, ein bisschen Bärchen, und dann wünsche ich dir einen schönen Weg, oder schönen Feiertag, und dann wünsche ich dir, ich genieße mich erst für die Sonne. Boah! Merci alle!